Hallo, die musikalische Erbauung für den 29. März. Queen of Hearts, The Hillybilly Moon Explosion featuring Mark Sparky Phillips. Tja, die Herzdame. Beim Kartenspiel garantiert sie den Sieg nicht. Und auch sonst, wie so oft, jedem Kerl ist klar, nie gehört sie einem nur allein. So trägt es Mark Sparky Phillips im Duett mit Emanuela Hutter vor. Sie weiß, bei Herzdame, da ist's meist ein von vornherein verlorenes Spiel. Es ist, wie es ist. Und blöde sind wir ja alle nicht. Videos sehr schön abgeranzt. Bemerkensmierte Truppe, die Schweizer. The Hillybilly Moon Explosion. Queen of Hearts. Ist gut. Wirklich gut. Kannste glauben. Los, geh rein. Hörst dir an. Und der Tag ist dein.